2009 startete die Karriere von Kim Gloss bei Deutschland sucht den Superstar, 2012 war sie auch im Dschungelcamp zu sehen. Punkt hier belegte sie den starken zweiten Platz. In den letzten Jahren konzentrierte sie sich überwiegend auf ihre Tätigkeit als Influencerin, bei Instagram bringt sie es aktuell auf 447. 000 Accounts, die ihr Folgenpunkt zuletzt jedoch war es auffällig ruhig um die 31-Jährige. Dies hatte einen traurigen Hintergrund, wie Kim Gloss nun in ihrer Instagram-Story verrät. Sie musste sich einer wichtigen Operation unterziehen.Gehirntumor bei RTL-Star, Kim Gloss muss sich schonen. Bei Social Media teilt die Influencerin ihrer Community mit, ihr Lieben, die letzte Zeit war es hier etwas still und dafür gibt es leider einen Grund. Aufgrund eines Hirntumors musste ich am Kopf operiert werden. Immerhin kann Kim Gloss ein wenig Entwarnung geben. Der Eingriff, den sie bereits hinter sich gebracht habe, sei gut verlaufen. Demnach befindet sie sich auf dem Weg der Besserung und hat den ersten Schritt hin zur Gnäsung gemeistert. Dennoch sei es erst einmal wichtig, sich zu schonen, gibt die einstige DSDS-Kandidatin zu bedenken. Punkt ganz bald möchte sie sich wieder bei ihren Fans melden. Dann wird sie vermutlich weitere Details bekannt geben und verraten, wie es für sie weitergeht. Influencerin Kim Gloss kann auf Unterstützung zählen, zur Seite steht ihr nach der Operation sicherlich ihr Ehemann Alexander Belia Eiken, mit dem sie seit Sommer 2021 verheiratet ist. Punkt daneben spenden ihr ihre Töchter Amelia, 10 Jahre alt, und Golda, ein Jahr alt, Kraft. Ihre Community ist von der Nachricht um den Eingriff hart getroffen. Dementsprechend sammeln sich unter älteren Instagram-Beiträgen jetzt Kommentare zu der Operation an. Punkt so schnell kann sich alles ändern. Von Herzen alles Gute und vollständige Genesung, schreibt beispielsweise eine Person. Noch am 26. Mai hatte Kim Gloss ein kurzes Video in bauchfreiem Outfit aus Berlin geteilt. Punkt generell setzt die Influencerin zumeist auf gute Laune-Content. Ihre Fans hoffen nun, dass sie sich von der Operation gut erholt und bald wieder aktiver werden kann.